Und ich schnippel jetzt hier ab. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen im Moment, aber okay. Aber ich weiß nicht, was ich keine Ahnung. Ich habe mal nichts Echt. Aber ich glaube, ich habe nichts Echt. Ich habe mich nicht zufrieden. das hat sie das hast du doch auch irgendwie haben wir gerade geredet dass dadurch dass ich alles verloren habe der exit dass ich alles verloren habe auch alles dass ich besser geworden bin als mein früheres selbst also ein 非常口あるにはあるよ あるのを でも何の解決にもならないけどねー ここに入った時点の大ピンチな状況に戻るだけだから しかもその非常口を使うにはとんでもなく大きな代償を支払わないといけないし とんでもなく大きな代償って 気にする必要ないよ 非常口を使ったところで状況は交点しないんだから この動画がその非常口なの und was ist jetzt der preis um diese tür zu nutzen が出る前の状況に後も取りの場合は もっとに中高を突きつけられて大ピンチだけど もうあの人は大丈夫でしょう ご主人様は安心して外に出ているじゃないですか ご主人様は安心して外に出ているじゃないですか ちょっと待って そんなっさり とんでもなく大きな代償ってのは werden wir dich nie wiedersehen でもそうなると でもそうなればご主人様の記憶は元々に 逆にご主人様にとっては良かったんじゃないから 記憶が元々に変わるんだ Und, und, ähm, erinnern wir uns an das hier alles? Ähm, ich mach mir aber Sorgen, Shinigami. Äh. Äh. Nande? Äh. Ähm. 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 Was nützt es dann, was wir ihn zurückgeschickt haben, wenn er es jetzt wieder vergessen hat? Ähm. Ähm, wenn ihr in der Medikationen, dann geht es noch ein paar Jahre lang, oder es wird es noch so vieles Jahre lang, oder? Ähm, das ist noch so, dass er sich in der Medikationen mit dem Geistet sein soll. Aber ich weiß nicht, was meine Frau nicht. Sie können das jetzt erst einmal nutzen. Aber ich hoffe, dass ihr euch mal gerne mit einem Sch Schoen. Ich will dich aber nicht vergessen. Ich weiß, ob ich so etwas tun könnte, Shinigami. Du wüsstest doch eh, dass das gelogen ist, oder? Aber nur dadurch konnten wir diese Rätsel hier lösen. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, ich habe meine Ahnung dazu. Ich denke, ich habe das Problem mit meiner Ahnung. Ich finde, das Problem ist, dass ich nicht genug. Ich habe mir dieses Problem dazu gefangen. Ja, was ist denn der Sinn hinter dem Ganzen? Wenn du ein wenig Einmal einverlässig hast, dann mag ich es nicht vergessen... ...dass du es wirklich verletzen, dann? ...dass du es nicht verletzen, dass du dich in diesem Leben nicht verletzen kannst... ...dass du es nicht verletzen? ... Hey, das ist sexistisch. Wenn du weinen musst, dann weine. Es ist okay. Es ist gesund. Ich habe das Wort. Ich habe das Wort. Ich habe das Wort, dass alle die Glückwunsch sind. Ich werde das Wort, immer wieder zu sehen. Ich habe das Wort. Ja? Ich habe keine Zeit, aber ich werde nicht mehr Zeit. Ich werde nicht mehr gehen. Da drüben fliegt noch das Phantom, das mysteriöse Phantom, dem wir nur noch die Seele rauben müssten und dann würde das Labyrinth in sich zusammenbrechen. Oh... Oh... Bye-bye, Schinigami-chan. Bye-bye. 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 Oh... Oh... ... 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 Ich bin so, wie alt, dass ich das Ganze nicht so weit weggebracht habe, aber auch wenn ich auch nicht so weit weggebracht habe. Aber ich habe es nicht so, was ich gerade in diesen eigenen Kurschern. Ich bin noch nicht so, dass ich mich nicht so weit weggebracht habe. Dann mache ich das jetzt schon mal wieder. Oh, okay. Ja, 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 ja! Ich glaube, das ist richtig. Ich bin sicher, dass du dich in der Zeit von Anfang an bist. Ich muss mich einfach auf den letzten Zeit auszuprobieren. Ich glaube, ich werde viel zu sagen, dass ich schon nicht sprechen darf. Aber ich muss mich an den Weg bringen. Ich werde dir mit dir anzupassen. Ich muss mich einfach nicht auszupassen, aber... ...zuherhören Sie sich nicht anzupassen? Ich bin ja schon. Ich glaube, dass ich mit dir so gut bin. Ich bin so gut, dass ich dich mit dir meine Eltern aufhören. Ich bin einfach nur von Ihnen und dir, was ich? Aber ich bin so einiges Ungegneter. Ich bin auf deine Eltern. Und dann werde ich dich mit mir zu machen. Ich bin mir auf dich liebter. Dann, wir beginnen jetzt! Kannst du dir das alles für dein Leben geben? Ja, natürlich. Ja, das stimmt. Das ist so komisch. Sollte es nicht der erste sein, Ja, bin ich. Wenn sie fragen, bist du bereit dafür? Ja, bin ich, anstatt Ja, das stimmt. Das war das letzte Wort, aber ich bin sehr stolz. Ich bin sehr stolz. Ich bin sehr stolz, dass alle die Welt der Glückwunsch zu haben. Ich bin sehr stolz, dass ich mich auch immer wieder erinnern kann. Ich bin sehr stolz, dass ich mich auch immer wieder erinnern kann. Ich bin sehr stolz. 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 Freischalten vielleicht? Nein, ich glaube nicht. Wir müssen eigentlich noch einen Rang hoch. Keine Ahnung. Ja. Na, mal schauen, wie es weitergeht, oder? Weil das Ganze... Sehr viele A's diesmal. Äh. Heute war der雨. Es war immer wieder der雨. Ja. Vorhin war der雨 sehr viel zufrieden. Aber jetzt nicht mehr. Ja. Okay. Und die, ähm, die Probleme, die da mit einherkommen, Epilog, Raincoat, äh, was ist mit den ganzen Menschen, die zum Essen verarbeitet werden müssen? Was ist mit, äh, den ganzen Zombies, die dort rumrennen? Im... Weißt schon. Ich meine, hallo. Hi. So langsam finde ich den Regen nicht mehr so schlimm. Ja, er schützt uns schließlich. Äh, äh, ich hätte nie gedacht, dass ich das so sehen würde. Ich schwöre bei Gott. Ich finde immer noch, wir hätten alle umbringen sollen, aber okay. Ihr kennt ja gar nix. Das ist zu viel, nix guten. Was ist passiert? Seit die Importbeschränkungen aufgehoben wurden, bekommt die Buchhandlung allerlei Zeitschriften geliefert. Aber es gibt so viele männliche Idols, die ich nicht kenne. Was soll ich machen? Was, wen soll ich auswählen? Oh, ich muss mir Zeitschriften kaufen. Ich muss mal arbeiten, damit ich mir Idols anhimmeln kann. Viel Glück. Okay. Buch. Es gibt eine viel größere Auswahl an Büchern im Vergleich zu früher. Die Amaterasu Corporation muss streng kontrolliert haben, was verkauft werden durfte. Aber Mensch braucht für ihn keine Angst mehr zu haben. Die Leute können jetzt mit allem handeln, was sie wollen. Wie schön. Oh, die Leute haben noch nicht geöffnet. Okay. Ach Gott, ich weiß nicht. Die fragt jedes Mal, ob jemand sich verlaufen hat. Der Doja-Distrikt wird umfassend wieder aufgebaut. Das Wasser wird abgelassen und Gebäude werden restauriert. Ehemalige Mitglieder des Widerstands helfen auch beim Wiederaufbau. Wie schön. Ich freue mich ja so für alle. Hey, Kurumi-chan. Ich bin in den geholfenen Teilen. Okay, ich bin in den neuen Produkten. Ich bin in den Wind und den Wind. Ich bin in den Wind, dass ich noch nicht mehr so machen muss. Ich bin in den Wind. Und dann habe ich den Wind. Ich bin in den Wind. Ich bin in den Wind. Danke schön. Danke, Herr Schull. Aber, der Wind hat auch verändert. Ich bin in den Wind. Ich habe immer geheißen. Ich meine, wir werden einmal zu bauen. Ich bin dauernd, wir waren nur an gasparen. Ich habe nicht schon einfaches Jahr gemacht, aber in den Wind. Weißt du, was ich mich frage? Die Kurumi ist ja auch eben ein Homunkuri. Und da war ja diese kleine Andeutung von wegen sie und der Yuma, nicht wahr? Und ich frage mich, was passiert denn, wenn ein Mensch mit einem Homunkuri ein Kind zeugen möchte? Ist das, guten Regen, ist das möglich oder geht das gar nicht? Weil sie sind ja Menschen, aber neu ausgedacht. Ich meine, wehste? Like, sowas. Schuhschild. Ich will neue Schuhe kaufen. Wenn ich vorausplane, ist es wahrscheinlich am besten so, es ist am besten so viel Klassenergab wie möglich zu sparen. Okay. Ah, in Ordnung. Ja, ist falsch. Muss im Trend bleiben. Da ist immer noch das Absperrding. Eine Herren-Toilette. Nicht einmal eine Informantin wie ich hatte was zu suchen. Ich bezweifle, dass irgendjemand auf die falsche Toilette geht, nur um Informationen zu sammeln. Weiß ich nicht. Jetzt kann ich so viel Geld verdienen, wie ich will. Lass uns gehen. Amaterasu Corporation bekommt mich nicht zu fassen. Mein neues Unternehmen wird sogar noch größer. Okay. Ich wünsche euch allen ganz viel Erfolg. Ich mag moderne Autos, aber solche Oldtimers sind auch cool. Welches Auto passt am besten zu einer Informantin? Oder wäre es vielleicht cooler, wenn ich gar nicht fahre und einfach wie ein Phantom aus dem Nichts auftauchen würde? Aber du kannst es handhaben, wie du möchtest. Gehst du auf die Aetheria Academy? Akademie, du musst reich sein. Gar nicht, das gibt doch auch normale Schülerinnen. Ach, sicher gibt es die was für eine elitäre Antwort. Das bin ich wirklich nicht. Nun, wer bin ich schon, um das zu beurteilen? Ach. Na gut. Was auch immer. Dir? Was denn? Diese lästigen Friedenswächter haben sich endlich entspannt. Also warum lässt du mich nicht auch in Ruhe? Entschuldigung. Ich will ja nur mit Leuten reden. Hey, schon gehört? Maronomon hat sich seit der Überschwemmung gut erholt. Oh, das ist toll. Anscheinend hat diese Ex-Friedenswächterin Martina die Dinge dort drüben im Griff. Außerdem ist sie absolut hinreißend. Es lebe Frau Martina, habe ich recht? Mein Eindruck von ihr aus dem Vorfall im Theaterclub war, dass sie in erster Linie mit eiserner Faust regiert. Hm? Hast du gerade schlecht über Frau Martina gesprochen? Überhaupt nicht, ich habe nichts gesagt. Okay. Die Leutchen. Alles hat sich verändert. Zum Besseren offenbar. Wer soll er bist du? Sprühe mir denn an! Alle laufen zur Sorge noch durch die Welt. Ja, alles Schweine, ich weiß. Ha. Okay. Entschuldigung. Ich bin jetzt schon. Na ja, so ist das Leben. Ich frage mich, wie viele sich umgebracht haben. Was passiert mit den Leuten, die sterben als Homokuli? Ich meine, ich freue mich natürlich, aber irgendwie war eine Explosion ziemlich cool gewesen. Ich meine, das Spiel ist die ganze Zeit so, wir bringen alle um, der Chef stirbt, die Detektive, la 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 la, alle sterben, diese drei Mädels und so weiter und so fort. Aber beim letzten ziehen sie den Schwanz ein. Entschuldigung, da bin ich bereit, in die Vollen zu gehen und das Spiel ist so, nö. Die Freude ist groß. Haben sie eine andere Nahrungskülle gefunden oder essen sie immer noch Menschen? Ja, das ist ja. Und die haben ja auch ein Recht zu leben. Ja, sie haben eh das Recht zu leben, ist schon recht. Nur wie gesagt, it would be funny. Wie gesagt, von Tendenz sollten sie Kunst lieber an einem geeigneten Worten ausüben. Eigentlich schon, aber ich kenne mich mit der Kunst nicht aus. Ich habe diesen Regen oft verflucht, aber er hat uns die ganze Zeit beschützt. Das ist eine Überraschung, nicht wahr? Auch wenn es uns gesagt wurde, dass unsere Körper nicht normal sind, ist dies unsere neue Normalität, denke ich. Wir müssen uns also allen treu bleiben und unser Leben hier genießen. Okay. Dadada. Ich kaufe meiner kleinen Tochter ein paar Bilderbücher. Es sind neue von außerhalb des Kanaibezirks hereingekommen. Komm schon, Mama, mach schon. Es gibt so viele Bücher, die ich will. Das ist großartig. Welche Bücher möchtest du? Ähm, Raupe ziemlich satt. 111 Glückskatzen und Burrito BH. Das klingt alles super. Ja. Also, lass sie uns holen, bevor sie ausverkauft sind. Okay. Guten Regen, meine Dame. Guten Regen. Okay. Hurra. Hallo? Bitte. Die ist mir noch nie wirklich aufgefallen. Was genau ist das für eine Statue? Nein, das fühlt sich so an, als könnte sie ein wenig Glück bringen. Findest du? Änder was? Nö. Nichts. Die Amaterasu Corporation hält uns nicht mehr davon abzugehen. Ich kann gehen, wohin ich will. Es fühlt sich irgendwie seltsam an. Ist das nicht saugefährlich? Die Verkaufsautomaten haben sich ziemlich verändert. Früher gab es Limo mit Fleischbrötchen-Geschmack. Sieht so aus, als gäbe es jetzt Limo mit Ramen-Geschmack. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas davon trinken möchte. Ist es jetzt eben, was ich vorhin irgendwo mal gesagt habe? Schau, den Essensstand. Entweder ist er zu oder... Das ist das Ding. Ich habe ja erwähnt, ne? Weil dieser Ramen-Typ... Weil ich mich gefragt habe, ob sie... Was machst du denn als alternative Energiequelle? Essen und so. Habe ich ja irgendwie erwähnt. Diese Ramen, die hat ja auch einer gegessen dort. Und war so, mh, das schmeckt mir sogar besser als Fleischbrötchen oder sowas. Und ich bin so, was ist, wenn jemand komplett aufhört, Fleischbrötchen zu essen? Und stattdessen eben den Ramen, das Ramen-Zeug isst. Weil offenbar ist da eine Mischung drin, die auch funktioniert. Hm. Da sie niemand mehr isst, haben die Fleischbrötchen-Stände geschlossen. Ich bin gespannt, ob hier ein neuer Laden aufmacht. Pfff. Nun. Ah. Ich wusste nicht, dass Alkohol so gut schmecken kann. Ich war bis gestern unterwegs. Da wird mir die alte Dame sicher nicht böse sein wegen ein paar Drinks. Alles in Maßen. Halt die Klappe und lass mich trinken. Deine Frau wird nicht so erfreut sein. Hup. Rede ich über meine Frau. Okay. Hier ist eine Art Plakat. Mal schauen. Sonderrabatte für Kunden von außerhalb des Kanaibezirks. Sie haben ohne Zweifel keine Zeit verschwendet. Boah. Naja. Würdet ihr das besuchen hier? Ich habe ein Gerücht gehört, dass der Kanaibezirk von Detektiven gerettet wurde. Tratschungel. Aber kann das wirklich stimmen? Du. Wer weiß. Hm. Hm. Mr. Makotos wahres Gesicht. Ich habe es zum ersten Mal während der Sonderübertragung gesehen. Er hatte eine wirklich sanfte Ausstrahlung. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, mir wird Mr. Makoto Kanaibezirk gefallen. Mr. Makoto. Ja. Kanaibezirk. Da war ein S noch dran. Das ich nicht gelesen habe. Der Doja-Distrikt. Was soll denn, oder? Ehemalige Mitglieder helfen auch. Ja, das ist ja mal schön. So, wo können wir hin? Irgendwo nach oben. Da, 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 da. Nein, nach unten können wir, oder? Eh, doch. Wo ist denn es? Da oben. Ah, doch da nach oben. Stimmt schon. Ist schon richtig hier. Jetzt hat er offen und verkauft mir seine Karte. Oh, nein. Entschuldigung. Also, wie ich das jetzt verstanden habe, haben sie schon Sonnencreme und, keine Ahnung. Offenbar können sie jetzt auch außerhalb reisen. Also, müssen sie ja irgendwie einen Weg gefunden haben, wie sie sich schützen können. Und, weißt du, das ist das Ding. Ich meine, entschuldige. Das ist das Ding, was ich gesagt habe. Der Makoto ist die ganzen Jahre nicht auf die Idee gekommen, nach was anderem zu forschen, dass das den Leuten helfen kann. Er hat ja stattdessen gedacht, nö, alle isoliert hier drinnen zu halten, ist die beste Lösung. Ist es, mhm. Aber Homunculi können sich vermehren, oder nicht? Ich meine, sie sind unsterblich. Von daher brauchen sie überhaupt keine Kinder. Aber wenn sie welche haben wollen würden, ginge das? Miteinander? Mit jemand anderem? Hm. Ich glaube, sie sind die Kultus, weil sie nicht sterben können. Hm. Wie ist das denn? Ja, alle sind glücklich. Nein, ich freue mich wirklich für euch. Ich freue mich wirklich für euch. Ich freue mich wirklich für euch. Oh, und ich habe nur eine Weltbilder, aber wie soll ich dieses Ding kaufen? Wie soll ich das denn machen? Hm. Ich freue mich wirklich für euch. Mhm. 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 Okay. Äh, was zum Teufel ist in diesem Rahmen drin? Mhm. Mhm. Okay. Okay. Äh, oh. Was zum Teufel ist in diesem Rahmen drin? Wahrscheinlich keine Menschen. Ha. Das sicher nicht. War das hier oben irgendwo? Moment. Ah, lalala. Durch die Straßen dieser Stadt. Der Makoto war aber wirklich so getreu dem Lied. Ich baue eine Stadt für dich. Aus Glas und Gold und Stein. Nein. Da ist er ja, der echte Yuma. Mhm. Alles war gut. Alles hat sich irgendwie zusammengefügt, nicht wahr? Und darauf konnte der Makoto die ganzen Jahre nicht kommen? Ich mein, komm, Leute. Ja. Und alle sind zufrieden. Ich wette, das wird sich dann auch so vom Export her, das Essen hier, wird sich dann auch in die ganzen anderen Länder der Welt verteilen, damit jeder überall hinreisen kann und sein Essen finden kann. Also, dass dann die Mungkoli irgendwo hingehen, in ein fremdes Land und dann finden sie dort auch irgendwo ein Geschäft, das genau dieses Rahmen verkauft oder vielleicht dann irgendwann auch in der Zukunft andere Art von Essen. weil vom Rahmen kannst du ja ausbauen. Weil du brauchst ja nur die richtigen Nährstoffe für das und dann kannst du sicher noch andere Gerichte herstellen, die dieselben Nährstoffe besitzen. Oh, ja. Ja. Ja.